ja moin moin und meddle meine lieben freunde heute möchte ich mal mit euch über die bild zeitung sprechen und zwar genauer gesagt um diesen artikel hier den ich euch mal einblende ich habe vor circa einer woche ja auch ein video dazu gemacht und ich muss mich da gleich mal für entschuldigen denn das war alles ein fake daher habe ich das nun auch wieder jetzt offline genommen vielleicht habt ihr es in meinem gestrigen video ja auch schon mitbekommen denn dieser bericht mit diesem angeblichen interview zwischen der reiner und der bild zeitung wurde von uns halt inszeniert und meiner meinung nach hat sich die bild zeitung dabei richtig stark blamiert und für mich zeigt das einmal mehr wie schlecht die journalistische arbeit von dessen chefredakteur ist aber eins nach dem anderen ich erkläre das in diesem video mal es gibt auf twitter ein drachenlord profil das ist wie die allermeisten ja wissen ein fake profil und wird von mimon betrieben ich hatte das auch schon mal in einem anderen video besprochen da hatte glaube ich der standard war es auch geschrieben dass reiner ja auf twitter aktiv wäre und das ist mit ein bisschen recherche arbeit natürlich schnell rauszufinden dass es gelogen ist aber die bild zeitung und im genaueren der herr kai feldhaus der laut seinem twitter profil chef reporter beim axel springer verlag ist war wohl so ja ich möchte mal sagen besessen von diesem exklusiv interview dem drachenlord dass allerlei journalistische sorgfaltspflicht über bord geworfen wurden er hat an den twitter account angeschrieben mit der hoffnung auf ein interview er hat auch gefragt ob er denn der echte drachenlord hinter diesem account wäre und wir auf dem autoren server haben uns dann kurz beraten und waren dann der meinung dass niemand mal den drachenlord spielen sollte und mal schauen wie weit die bild zeitung geht ohne wirklich beweise zu haben dass es der drachenlord ist mit dem sie hier sprechen im grunde waren wir uns auch alle einig die werden bestimmt nichts veröffentlichen bevor sie nicht einmal mit dem drachenlord geredet haben zumindest irgendwie telefonieren oder so auch wenn es keine videotelefonat ist aber dass sie halt diese stimme erkennen können weil sonst könnte ja halt jeder irgendwelche sachen behaupten aber die bild zeitung und deren journalisten gehen da wohl etwas anders vor und nach ein paar behauptungen vom twitter drachenlord nenne ich ihn jetzt mal dass man ja generell keine interviews macht weil man den zeitungen nicht mehr vertraue aber man schon bereit wäre für ein interview über mail hat dann die bild zeitung auch ganz schnell runter gerochen nach einer richtig tollen story und ganz im ernst wir waren immer noch der meinung bevor die da irgendwas drucken oder online stellen wird hundertprozentig irgendjemand noch einen beweis haben wollen vor allem weil wir uns mit mehreren leuten dann extrem tolle antworten ausgedacht haben auf diese fragen die von der bild zeitung gekommen sind jeder hater oder jeder der sich mit dem drachenlord halt ein bisschen beschäftigt hätte hätte das auf jeden fall schon stutzig gemacht ich gebe euch mal drei beispiele nummer eins wir haben geschrieben dass reiner 400.000 euro von netflix bekommen hat nummer zwei wir haben geschrieben dass seine ehemalige nachbarin marion seine ex freundin ist und nummer drei wir haben gesagt er wohnt im moment sehr ruhig und hat nun überhaupt keine probleme mehr mit irgendwelchen hatern und dann natürlich noch ganz viel anderes was wir ausgedacht haben um halt auf seine fragen zu antworten bezüglich was reiner jetzt im moment vor hat und so weiter und so weiter und spätestens da haben wir dann gesagt nee davon machen die garantiert keinen bericht das war jetzt zu auffällig aber hey wir haben nicht mit so einer mangelhaften sorgfaltspflicht bezüglich journalistischer arbeit gerechnet die die bild zeitung da an den tag gelegt hat und zack ein paar tage später war dann der artikel hier in der print ausgabe und dann später auch online einzusehen als dann das interview gedruckt wurde hat sich der twitter drachen lord natürlich noch mal beschwert bei herren feldhaus dass viele seiner infos die er geschrieben hat gar nicht mit dem artikel vorgekommen wären die bild zeitung meinte daraufhin dass man ja erstmal erklären müsse wer er ist und die ganzen details dann im zweiten bericht kommen würde da ist uns dann wirklich allen die kinnlade runtergefallen dass die tatsächlich vorhaben noch einen zweiten bericht zu veröffentlichen leider gab es dann seitens der bild ein paar zweifel ob sie denn nun wirklich mit dem richtigen drachen lord sprechen weil sich der fotograf von dem einen bild bei der bild zeitung gemeldet hat und der wollte bezahlt werden für das foto das ist dieser typ der mit reiner vor einiger zeit ein paar tage unterwegs war bezüglich der netflix doku und der hat wohl das bild gemacht und hat sich dann an die bild zeitung gewendet dadurch hat dann herr feldhaus auch angefangen auf ein telefonat zu drängen aber das konnte man immer wieder abhügeln das hat mimo dann halt auch weiter gespielt um zu schauen ob die wirklich noch einen zweiten artikel rausbringen wollen aufgelöst wurde das dann ja im grunde von reiner als er gestern dann im live stream rausgehauen hat dass er niemals für die bild zeitung ein interview geben würde und die fotos die da genommen wurden ja ohne seine zustimmung in der bild zeitung veröffentlicht wurden und das muss man ja mal sagen es ist auch absolut richtig es kommt selten vor aber hier gebe ich reiner recht er hat der bild zeitung kein interview gegeben und der ärger auf die bild zeitung kann man von seiner seite aus natürlich gut nachvollziehen denn die haben einfach jegliche journalistische sorgfaltspflicht vermissen lassen und waren nur an der schnellen story interessiert man muss dazu auch noch mal sagen es war ja auch kein kleiner randartikel der da irgendwo auf einer seite ganz unten gedruckt wurde und veröffentlicht wurde ich blende euch das bild hier noch mal ein dieser bericht füllt eine zwei drittel seite in der bild zeitung und das alles nur durch ein gespräch mit mimon von einem nicht verifizierten twitter account durch einen journalisten dem die quellenprüfung scheinbar nicht so ganz wichtig war und hier kann man halt sehr gut sehen dass mimon der sich ja vorgenommen hat deutsche medien mal ein bisschen zu verarschen das auch sehr gut schafft das war ja genauso als er rausgehauen hat dass reiner 200.000 für seinen netflix vertrag bekommen hat anstatt die 20.000 die in seinem vertrag standen und so ziemlich jede zeitung oder medienseite dass er natürlich auch aufgegriffen hat man sieht hier wirklich sehr schön die medien stellen sich immer so hin als wenn sie auf der seite von reiner wären weil er ja das arme opfer ist spicken dann ihre ganzen artikel aber immer mit informationen von irgendwelchen hatern die halt null verifiziert sind naja da reiners ja nun hat aufliegen lassen können wir es ja nun auch besprechen neben dem punkt dass wir auch wirklich alle entsetzt waren wie die bild zeitung arbeitet ist für mich nur noch eine sache im kopf könnte der drachenlord eine richtigstellung verlangen ich meine das allermeiste in diesem bericht waren ja irgendwelche allgemeinen infos allerdings haben sie auch zitate vom drachenlord gebracht die aus den antworten von mimon stammen und von reiner natürlich so nie gesagt wurden vielleicht kann da ja herr solmecke das mal erklären was reiners möglichkeiten wären um gegen die bild zeitung nun vorzugehen und vielleicht auch wie es mit den bildrechten ausschaut die die bild zeitung jetzt da genutzt hat ohne dass reiner oder der fotograf dazu sein einverständnis gegeben hat naja auf jeden fall kann ich euch sagen dass reiner der bild zeitung wirklich kein interview gegeben hat und falls ihr leser der bild zeitung seid solltet ihr euch in zukunft fragen ob dieser stil von journalistischer arbeit der richtige für euch ist in diesem sinne sage ich vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten video sage ich medal auf meine freunde